Elektrotechnik, Informationstechnik, Elektrotechnik begleitet uns im Alltag. Sie befasst sich mit drängenden gesellschaftlichen Problemen und muss ständig weiterentwickelt werden. Ich möchte später als Elektroingenieurin wichtige Zukunftsthemen nachhaltig vorantreiben. Zum Beispiel die Energiewende möchte ich aktiv mitgestalten, anstatt nur auf sie zu warten. Ich studiere Elektrotechnik und Informationstechnik, weil ich mich immer für Technik interessiert habe und bei wichtigen Themen wie der Digitalisierung nicht nur mitreden, sondern auch mitgestalten möchte. Wir zeigen dir an drei Beispielen, was du mit unserem Studium erreichen kannst. Du lernst, wie du mit Energiespeichern, elektrischen Antrieben und Energietechnik die Energiewende voranbringst. Dafür brauchen wir Energiespeicher, die sich mit wenig Risiko flexibel nutzen lassen. Wir prüfen bei uns, wie sich Batterien verhalten, wenn wir sie erhitzen. Das kann von Leistungsverlusten bis hin zu unkontrolliertem Verhalten mit Batteriebrand führen. Welche Gase bei welcher Temperatur frei werden, sagt uns, wie sicher die Zelle ist. Das berücksichtigen wir dann bei der Entwicklung hitzebeständiger und sicherer Batterien. Auch in anderen Bereichen wird elektrische Energie nachhaltig eingesetzt und es werden neue Möglichkeiten erforscht. Ich untersuche im Rahmen meiner Bachelorarbeit, wie der Strom aus Windenergie effizient auch zu weiter entfernten Verbrauchern gebracht werden kann. Im Studium beschäftigst du dich forschungsnah mit weiteren Themen der Energiewende, wie der Photovoltaik oder Elektromobilität durch elektrische und hybride Antriebe. Du lernst, wie du mit Informationstechnik, künstliche Intelligenz und selbst deine Systeme nutzt, um Autos und Bussen das selbstständige Fahren beizubringen. Automatisierte Fahrsysteme werden zuerst im Rechner simuliert und dann in Realität umgesetzt. In einem Modell eines Betriebshofs des öffentlichen Nahverkehrs kommunizieren zum Beispiel Fahrzeuge untereinander und orientieren sich selbstständig. Hier fahren sie automatisiert die Tank- und Reinigungsstationen an. Möglich wird das durch hochpräzise Radarsensoren. Sie beobachten ihre Umwelt und geben die gewonnenen Messsignale in Echtzeit an die interne Steuerung, andere Fahrzeuge und die Leitstelle weiter. Hier in unserer Antennenmesskammer untersuchen wir die Interferenz von Signalen unterschiedlicher Sensoren, also wie diese sich überlagern. Schon im Bachelor könnt ihr an selbstgewählten Aufgaben arbeiten, für die ihr Lösungen mit künstlicher Intelligenz programmiert und anwendet. Zum Beispiel einen selbstlernenden Bürostuhl. Du lernst, wie du in der Medizintechnik neue Messverfahren entwickelst und Messergebnisse in Bilder des Körpers übersetzt. Damit können Krankheiten früher und besser erkannt werden. In meiner Arbeitsgruppe formulieren wir die Herzfunktion in mathematischen Computermodellen, um kranke und gesunde Herzen zu simulieren. Hier sieht man, wie sich das Herz kontrahiert, um Blut zu pumpen und die dazugehörigen Druckvolumenkursen. Diese Simulationen vergleichen wir mit Messergebnissen aus Ultraschall- und Magnetresonanz-Tomografie. Dadurch können wir Herzfehler und den Effekt von Therapieoptionen sichtbar machen und analysieren. Im Studium kannst du die gelernte Theorie in einem Praktikum umsetzen. Du verknüpfst dein Wissen aus Elektrotechnik, Informationstechnik und Medizin, um einen EKG-Verstärker sowie die Schaltung für eine optische Pulsmessung aufzubauen. Im Anschluss kannst du deine eigenen Signale messen und daraus Pulsänderungen ableiten. Du lernst, wie du als Ingenieurin das Leben durch Technik verbessern kannst. Im Master spezialisierst du dich auf einen von vielen zukunftsweisenden Bereichen. Im Bachelor erhältst du das dafür notwendige, breite Fachwissen. Damit öffnet dir das Studium die Türen zu spannenden Berufen in der Entwicklung oder Forschung. Studiere jetzt Elektrotechnik, Informationstechnik am Karlsruher Institut für Technologie. Und gestalte die Zukunft. Untertitelung des ZDF für funk, 2017